Und zwar PFSense. Ich habe mir mal eine PFSense Installation parat gemacht, die auf einem Freenas 10 RC1 läuft und die hat zwei Netzwerkarten, ein WAN, ein LAN Interface, um die Sache etwas einfach zu gestalten. Und ich würde ganz gerne einfach mal euch zeigen, wie so ein initialer Setup aussieht und dann im Anschluss an diese Erzählung auch gerne noch ein bisschen was über meine Erfahrungen mit dem System erzählen. Wir starten jetzt mal mit dem Setup Wizard. Der leitet einen durch die initiale Konfiguration des Systems. Ein paar nette Hinweise. Ich nenne das jetzt einfach mal PFSense 2. MyLocal.net ist jetzt einfach mal die Domain. Ich nehme der Einfachheit halber jetzt mal irgendwelche Google DNS Server. Das soll jetzt kein Beispiel sein, mit dem ich vorangehe, sondern ich will jetzt einfach hier nur eine funktionierende Konfiguration haben. So. Nehmen wir mal hier auch einen IPv6-fähigen Pool von NTP-Servern. Auf dem WAN Interface mache ich die ACP, das ist richtig. PPPoE gibt es nicht, PPTP auch nicht, RFC. Wo ist denn hier die IPv6-Konfiguration? Naja, das suche ich jetzt erstmal hier umsonst. Der Wizard scheint das schon mal nicht zu berücksichtigen. Ich kann hier einige Sachen konfigurieren, aber das nicht. Gut, das machen wir dann später. Diese Optionen lasse ich nicht eingeschaltet, denn ich nutze zufälligerweise auf dem WAN Interface RFC 1918 IP-Adressen, weil ich einfach dieses Gerät jetzt hinter einem schon vorhandenen Router gehangen habe. Und ich habe halt nicht so viele öffentliche IPv4-Adressen, aber es gibt genügend IPv6-Adressen. Hier nehme ich jetzt einfach mal irgendein, ja, was Einfaches. Es ist ja nur eine Demonstration. Und da sind wir auch schon mit dem Wizard durch. Das heißt, ich hänge mit dem WAN Interface einem Upstream-Router von mir, das auch in PFSense ist, aber das ist jetzt nicht so relevant. Der kriegt über DHCP dann eine IP-Adresse, wie ich gerade schon erwähnt habe, hier eine aus dem RFC 1918 Netz. Da habe ich jetzt hier im Ladenbereich einfach irgendein anderes Netz verwendet. Das ist so ein Test-Subnetz von mir hier. Hier sieht man jetzt, dass ich das aktuelle Stable-Release verwende von dem PFSense 233 Release P1. Bald steht auch 2.4.0 vor der Tür mit ein paar interessanten Neuerungen, aber da möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Ich habe hier die Hardware-Informationen des VM-Gastgebers durchgereicht, habe vier CPUs vorgeben, habe dem auch relativ großzügige, ich glaube, 4 GB RAM gegeben. Das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Das hier ist jetzt die Eintrittsseite in das PFSense. Das findet man auch unter Status und dann Dashboard. Das ist diese Seite. Die kann man sich hier auch noch etwas anpassen. Das empfehle ich durchaus zu tun. Service-Status packe ich mir zum Beispiel hier noch mit rein oder was auch immer sehr gut ist, ist Traffic Graph. So, das soll jetzt erstmal reichen. Was ich jetzt aber ganz gerne nochmal überprüfen würde, ist die Interface-Konfiguration. Es gibt hier jetzt tatsächlich DHCP und DHCP-V6-Konfiguration, obwohl ich das noch gar nicht eingestellt habe. Und dann schaue ich jetzt mal hier unter Status Interfaces, was der sich denn hier jetzt gegeben hat. Waren. Ja, ich sehe jetzt hier keine IPv6-Konfiguration, das ignoriere ich dann einfach mal. Das ist aber vielleicht gar nicht jetzt so schlecht, weil das müsste ich dann sonst wieder zensieren, der Privatsphäre wegen, der Sicherheit wegen. Aber da bin ich erstmal einverstanden. Ich kann ja jetzt hier gerade mal schauen, ob ich irgendwo hinkomme ins Internet. Positives Ergebnis. Ich werfe noch kurz einen Blick auf das LAN-Interface. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, mir einfach in einem Testnetz statisch eine IP-Adresse gegeben. Natürlich kein Default-Gateway eingetragen, weil das ist ja auf dem Waren-Interface. Und hier, da kann man in dem Interfaces-Assign-Menüpunkt kann man Schnittstellen, die noch nicht konfiguriert sind, dann, oder könnte man dann besser gesagt hinzufügen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil beide Netzwerkschnittstellen, die das System kennt, sind schon zugeordnet und auch benamt. Aber hier in dem Menü kann man ansonsten auch noch GIFs für Tunnelbroker, also IPv6 Tunnelbroker machen, Bridges, Lugs, also Link-Aggregation, 802.3 AD und so weiter. Q&Q beherrscht das übrigens auch. Da ist das PFSense beispielsweise dem Linux voraus. VLANs kann man hier auch anlegen, ich zeige das mal kurz. Hier gibt man das Parent-Interface an, vergibt das VLAN-Tag, gegebenenfalls noch eine Priorität und noch eine Description und dann könnte man dann hier unter Assignments dieses VLAN-Interface, was man dann da angelegt hätte, dann auch hier verwenden. Und die, die hier jetzt konfiguriert sind, die sind dann hier in dem Interface-Menü, werden die angezeigt. Das ist erstmal so die Grundkonfiguration der Schnittstellen, also absolutes Basic. Dann würde ich immer empfehlen, hier erstmal das General Setup anzugucken. Das ist zwar etwas, was im Wizard schon im Prinzip teilweise gemacht wurde, aber ich mache zum Beispiel immer das hier auf Fixed, weil ich habe jetzt hier, wie man sieht, die Menüleiste nicht mehr drin und dieses Top-Navigation auf Fixed, das sorgt dann dafür, dass man, gucken, ob das jetzt auf Anheat funktioniert, ich glaube, ich muss erst reloaden, ja, genau. Moment, erst nochmal hier etwas Größeres aufrufen, wie man sieht. Wenn man jetzt scrollt, bleibt das so erhalten. Man sollte sich auch die anderen Parameter angucken. Daten, die es hier sonst noch so gibt. Da will ich jetzt aber auf die einzelnen Punkte nicht weiter eingehen, außer vielleicht noch hier bei NTP. Was nämlich hier jetzt der Fall ist, ist, dass jetzt ein Pool eingetragen ist, aber auch nur einer. Und hier steht auch gar nicht, wie man mehrere einträgt. Ich gehe dazu immer ganz gerne auf Services NTP. Und hier bin ich dann auch in der Lage, nehmen wir jetzt mal auch wieder keinen IPv6-Fähigen. Das ist ja keine, es ist ja keine IPv6-Verbindung vorhanden, wie wir gelernt, wie wir gesehen haben. nl.pool.ntp.org. Nehmen wir mal den und dann noch de.pool.ntp.org. So, NTP-Graphen aktiviere ich hier auch. Das ist eine ganz schöne Sache, wenn ich das jetzt gespeichert habe und ich dann hier unter Status Monitoring mal schaue. Genau, hier bin ich richtig. Und zwar kann ich dann hier eben auch NTP-Statistiken anzeigen. Da ist natürlich jetzt noch nichts drin. Ah doch, hier. Ne, ist alles noch leer. Aber die werden dann jetzt dadurch aufgebaut. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf General Setup. Wie gesagt, das sollte man einmal gedanklich durchgehen. Und dann würde ich empfehlen, im nächsten Schritt auf Advanced zu gehen. Hier kann man dann noch Konfigurationen vornehmen für das HTTP-Webinterface, dass man hier halt HTTPS verwenden kann und das auch tun sollte. Hier kann man dann auch noch ein Zertifikat angeben, was man gerne verwenden möchte. Das ist jetzt in diesem Fall ein generiertes Zertifikat, was halt zu Fehlermeldungen führen wird, weil es von einer CA unterschrieben ist, die die Client-Computer, die man so einsetzt, natürlich nicht kennt. Dann springe ich nochmal kurz hier weg auf CertManager. Hier könnte man jetzt auch eine CA, die man zum Beispiel schon irgendwo pflegt oder verwaltet, auch noch hinzufügen. Oder aber beispielsweise in Firmenumgebungen, wo es dann oft schon auch CA's gibt, die aber nicht eben über das PFSense dann verwaltet werden sollen, sondern über, ja oft sind das so Windows-Tools, Tiny-CA, was auch immer das ist, was man da verwendet. Jedenfalls, wenn man eben mit dem CA-Verwaltungswerkzeug dann ein Zertifikat erstellt für das PFSense, was man gerne im Netzwerk betreiben möchte und das eben mit einer CA tut, die schon aktiv ist, wo die ganzen Clients im Firmennetzwerk, sagen wir jetzt mal, schon dann das CA-Zertifikat installiert haben, dann kann man das Zertifikat, was man für das PFSense verwenden will, kann man dann hier hinterlegen und dann eben wieder in Advanced hier an der Stelle auswählen. Ich kann hier noch den Port ändern, auf dem das Webinterface lauscht. Maximale Prozesse, das kann hilfreich sein, wenn viele Leute gleichzeitig das Interface nutzen. Ansonsten würde ich auch hier empfehlen, wirklich mal durchzugehen. Zum Beispiel den SSH-Dienst halte ich zumindest für sinnvoll, den zu aktivieren. Dann auch die anderen Menüpunkte hier würde ich mal durchgehen. Das ist nicht immer alles sofort relevant für jemanden. Wie man sieht, gibt es hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, das PFSense-System zu konfigurieren. Einfach mal in Ruhe durchgehen und auch die Hilfeseiten von PFSense verwenden. Hier ist noch ein interessanter Punkt. Hardware-Checksum-Offloading, das ist zum Beispiel eine interessante Option, wenn man PFSense virtualisiert verwendet. Das tue ich. Ich weiß zwar nicht, wie das unter Beehive ist, aber das ist eine virtualisierte Umgebung, deswegen disable ich das jetzt mal hier. Das sagt zumindest das PFSense-Wiki, dass man das tun sollte in virtualisierten Umgebungen. Und ja, was haben wir hier noch? Ich sehe jetzt gerade Gateway Monitoring. Da will ich jetzt auch nicht alles drauf eingehen. System-Tunables, das sind halt so Kernel-Flags, die man setzen kann. Notifications, hier kann man dann Growl-Client angeben oder E-Mail-Notifications dann auch zum Beispiel konfigurieren. Was haben wir denn hier? Alarmglock ist an. Oh, ja, ja, klar, alles klar. SSH-Keys wurden generiert. Sehr schön. Kann man machen. Wo geht man jetzt mal weiter? Setmanager hat man schon. General Setup hat man schon. High Availability Sync interessiert jetzt nicht. Logout will ich auch nicht. Package Manager. Sehr interessant. Und zwar Install Packages zeigt er jetzt an beziehungsweise zeigt er eben auch nichts an, denn es sind keine Packages installiert. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum der hier so lange braucht. Ich lasse ihn mal zu Ende denken. Ne, lasse ich nicht. Ich gehe jetzt auf Available Packages und hier kriegt man mal einen kleinen Eindruck davon, was man hier so alles noch installieren kann. Ich finde das ganz große Klasse. Das ist für mich einer der großen Vorteile, weil man hat hier eben ein System mit einer offenen Lizenz. Mittlerweile unterliegt PFSense der Apache Lizenz. Das war vorher irgendwas Proprietäres. Aber im Prinzip durch die ganze BSD-Struktur im Hintergrund hat man auch die üblichen Unix, Linux Utilities, die man so kennt. Squid, Squidguards, Nord, Intrusion Detection, Intrusion Prevention, Quagga OSPF. Der verträgt sich aber nicht mit dem BGP-Demon. Die kann man nicht gleichzeitig installieren. Soweit ich weiß, ja genau, steht hier auch. Kann nicht gleichzeitig installiert sein. Das sind dynamische Routing-Algorithmen, die man hier drauf auch noch konfigurieren kann. Ntop-NG ist zum Beispiel ein sehr geiles Monitoring-Tool, was aber auch relativ ressourcenhungrig ist. Also die Möglichkeiten sind hier riesig. Was haben wir denn noch? Routing, ja klar, alles klar. Hier sind jetzt Standard, also die Sachen, die ja automatisch zustande gekommen sind, sind jetzt hier eingetragen. Hier kann man aber noch statische Routen konfigurieren. Gateway Groups weiß ich jetzt noch nicht mal gerade, was das überhaupt macht. Den Setup-Wizard, den haben wir am Anfang gesehen. Update, hier kann man das System, wenn es denn ein Update gibt, aktualisieren. Also das PFSense sagt mir, es sei up-to-date. Ich gehe jetzt mal in die Settings rein. Normalerweise kann man hier diesen, ich glaube Train nennt man das hier auch bei dem PFSense oder war das bei Freenas? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Genau, das ist nicht der Train, sondern das ist der Branch. Und zwar Development Snapshots, Next Major Version, High Experimental. Wir bleiben jetzt hier einfach mal auf Stable. Interfaces hat man schon, ja. Eine Standardfunktion, die eine Firewall übernimmt, ist die Paketfilterfunktion, die man hier bei Rules konfigurieren kann. Man hat hier das Interface, auf dem Pakete eingehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich bin jetzt gerade im Warn-Tab drin, wenn ich jetzt hier eine neue Regel mache, dann trifft die prinzipiell auf alle Pakete erstmal zu, die auf dem Warninterface reinkommen. Was haben wir denn hier? Einen Mail-Server, SMTP, von dem ich zum Beispiel möchte, dass er von außen erreichbar ist und dadurch, dass ich hier dann eine Regel definieren kann. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Pass, Disable Rule, nein, die lassen wir aktiviert. Aus dem Warninterface kommt das. Protocol TCP, Source. Ich begrenze das jetzt mal nicht. Man könnte das jetzt hier noch limitieren, für welche Quellpakete das alles gilt. Und genauso kann man das dann hier auch beschränken, auf welche Zieladressen diese Filterregel beschränkt sein soll, damit die Regel greift. Speichere ich jetzt aber mal nicht ab. Wir sind jetzt hier bei IPv4. Privatkunden, Endkunden haben ganz häufig nur eine öffentliche IP-Adresse, die dann das Firewall-Gerät eben selbst hat. In Firmenumgebungen ist das oft anders. Hier würde es dann auch durchaus Sinn machen, wenn man viele öffentliche IP-Adressen hat, die über diese Firewall geroutet werden, dann könnte man hier halt eben ganz normal routen. Aber eben in privaten Umgebungen ist es ganz oft so, dass man nur eine IP-Adresse hat und dann ist man auf Port-Forwarding angewiesen. Das heißt, wenn man Pakete von außen nach innen reinlassen will, dann kann man nicht einfach nur den Paketfilter öffnen, dann muss man sogar hier ein Destination-Land machen und gehe jetzt hier auch mal kurz durch. Disabled ein, weil man nicht. Das heißt, alles, was in ein Warninterface reinkommt. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Beispiel voran, was wir eben schon hatten, nämlich TCP-Port 25, das ist SMTP, Redirect-Target-IP. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, alles, was dann zum Beispiel reinkommt an Paketen, was als Destination-IP dann die Adresse des Warninterfaces hat, also des Warninterfaces, die dieser Firewall hat und eben TCP ist und Port 25 eingetragen hat auf Layer 4. Das soll halt weitergeleitet werden an die Layer 3 Adresse und hier kann man dann auch noch ein Redirect machen, das heißt, dass man den Header aus Layer 4 umschreibt, die Port-Angabe, kann hier noch schreiben, was das denn genau tut, damit man hinterher es auch wieder weiß oder wenn man andere Admin da dran muss, damit er das zuachten kann. Das so sehr, dass aus und auf Safe würde man dann halt so eine Regel sichern und der würde halt auch direkt die Paketfilterregel dazu mitmachen, damit nicht nur die NAT-Regel existiert, sondern auch die Paketfilterregel. Was bei PFSense auch sehr geil eigentlich gemacht ist, ist, dass man hier halt nicht immer die ganzen IP-Adressen von Hand irgendwo eingeben muss. Dafür gibt es hier die sogenannten Aliases. Hier kann ich jetzt zum Beispiel häufig definierte Drucker, Büro, Zimmer 4 zum Beispiel, ah ne, das ist jetzt eben falsch, das müsste dann hier, Printer 4, wäre wahrscheinlich ein kurzes Name, vernünftiger, und hier kann man dann entweder auch Netzwerke, einzelne Hosts oder Ports einmal definieren, die halt immer wieder verwendet werden sollen. 10, 10, 1, 120 ist das zum Beispiel. The alias list has been changed, the changes must be applied for them to take effect. Okay, dann mache ich das jetzt mal und in dem Moment, wo ich dann hier dieses Objekt definiert habe und beispielsweise hier eine neue Regel anlegen will, dann kann ich hier sagen, ach, da ist es hier als Objekt. Wenn ich jetzt so eine Regel speichere und beispielsweise dann noch viele Regeln habe, wo ich ein Objekt, was ich hier unter Aliases angelegt habe, mehrfach verwende, dann kann ich dann auch sehr bequem einfach nur dieses eine Aliase-Objekt ändern und das ist in allen Regeln geändert. So sollte es natürlich auch sein, weil das wäre pain in the ass, wenn man halt überall immer die IP-Adressen manuell eintragen würde und dann im Falle einer Änderung, die auch überall ändern müsste. Das wäre viel zu fehleranfällig und auch viel zu aufwendig. Deswegen bitte durchaus hier die Aliases verwenden. NAT Rules hatten wir alles schon. Ich gucke mal gerade, ob da noch, genau, da sind auch noch andere wichtige Punkte. Bei NAT ist das Outbound NAT auch noch ziemlich interessant. Hier hat man einmal den Standardmodus Automatic Outbound NAT. Das heißt, der macht für die Interfaces, die er kennt, macht er automatische Regeln, so noch gut dünken. Und manchmal kann es aber auch durchaus sinnvoll sein, hier auf Manual Outbound NAT umzustellen. Das mache ich jetzt hier einfach mal, damit ich zeigen kann, was dann genau passiert. Und zwar nehme ich mal hier diese Outbound NAT, also das ist ja eine Masquerading-Regel. Und zwar Static Port. Das ist zum Beispiel etwas, womit ich auch schon Erfahrungen sammeln durfte. Playstation-Geräte funktionieren manchmal nicht, wenn die über PFSense ins Internet gehen. Dann sagen die fehlerhafter NAT-Typ 3 oder so ein Quatsch. Und das hängt damit zusammen, dass halt die PFSense, was ich eigentlich eine gute Aktion finde, die Source-Ports selbst nochmal neu würfeln. Das heißt, die ausgehenden Daten, die über die PFSense rausgehen, da sagt PFSense, nein, die Randomization, die ihr macht, die ist nicht gut genug. Das würde Rückschlüsse zulassen. Darüber könnte man euch identifizieren. Deswegen randomisiere ich das jetzt nochmal selbst. und das gefällt der PFSense, wollte ich schon sagen. Das gefällt der Playstation dann nicht und die kann dann oft nicht funktionieren. Und um diese Funktion, der Randomization auszuschalten, das kann man dann eben auf Host-Basis machen oder für die ganze Netzwerkschnittstelle, kann man dann hier auf Static Port schalten und damit würde dann die PFSense nicht mehr die Quell-Ports, die eben verwendet werden bei den ausgehenden Verbindungen, ändern. Das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Sache. So, NAT waren wir. Outbound, 1 zu 1 NAT, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Rules, Schedules, das lage ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Virtual IPs, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ich gehe jetzt lieber noch ein bisschen hier auf die Services ein. Captive Portal, nicht so interessant. DHCP Server, naja, hier sind so, der DHCP Server ist jetzt hier für das Netzwerk ausgeschaltet, aber hier würde man ihn prinzipiell konfigurieren, wollte man einen haben, der eben auch auf der PFSense läuft, was oft sehr praktisch ist. Hier kann man auch richtig viel Stuff einstellen, zum Beispiel Dynamic DNS ist sehr praktisch, das heißt, den Moment, wo die Clients IP-Adressen beantragen, kann man dann das hier so konfigurieren, dass die IP-Adressen der verschiedenen Hosts mit einem DNS synchronisiert werden. Super praktisch, kann ich eigentlich nur empfehlen, vor allen Dingen auch, kann man das sehr gut machen, wenn man dynamische IPv6-Präfixe auf dem WAN-Interface hat, dann kann man das hier auf dem DHCP-V6-Server nämlich auch machen, der ist jetzt hier nicht aktiv, weil ich keine IPv6-Adressen konfiguriert habe, aber das macht durchaus Sinn. Dann standardmäßig ist hier, nee, das war früher so, der DNS-Vorworter war früher standardmäßig aktiv, mittlerweile ist der DNS-Resolver aktiv, der ist, das ist, glaube ich, ein Unbound, Unbind, nee, Unbound, glaube ich, heißt der, der nicht nur ein Forwarding macht, sondern der kann halt auch eigene Zonen verwalten, auch sehr praktisch, wenn man hier zum Beispiel mylocal.net.lan oder sowas verwenden will und dann zum Beispiel auch Clients sich per DHCP, die sich eine IP holen, dann auch automatisch mit einem DNS-Namen hier hinterlegen lassen, sodass man die dann auch im lokalen Netz über den eigenen, über den richtigen DNS-Namen ansprechen kann. Ja, die verschiedenen Einstellungen, die man hier treffen kann, die muss man sich dann mal in Ruhe angucken, wenn man sich damit beschäftigen will. Alternativ kann man einen einfachen DNS-Forwarder verwenden. Ich glaube, das ist dann auch ein DNS-Mask. Sehr schlankes Tool, auch halbwegs mächtig. Ist eine Alternative, wenn man eben keine eigene Zone betreiben will. Dann, was haben wir noch? Dynamic DNS. Ja, hier ist das klassische Beispiel dafür, wenn man eine Warn-IP-Adresse hat, die sich regelmäßig ändert. Die kann man dann auch auf einen DNS-Namen abbilden mit den üblichen Verdächtigen. Was haben wir denn hier zur Auswahl stehen? Och, eine ganze Menge. War ein Wahnsinn. Auch sogar für he.net, wenn man da einen Tunnel-Broker betreibt, da muss man nämlich dann immer die IP, die man gerade hat, mit denen synchronisieren, sonst klappt der Tunnel nicht. Das kann man hier also auch anscheinend konfigurieren. IGMP-Proxy lassen wir mal weg. Loadbalancer, naja, gut, erklärt sich weitestgehend von selbst. Es ist für Verbindungen, dass man halt Pakete auf mehrere Server verteilen will. NTP hatten wir ganz eben schon, PPPoE-Server. Krass, dass man das hier mit überhaupt machen kann. Lasse ich jetzt aber mal bleiben. SNMP erklärt sich auch von selbst. in Firmenumgebungen gerne verwendet. Dann UPnP und NAT PMP. Das sind so Optionen, die lasse ich eigentlich immer gerne aus. Die können zwar sehr praktisch sein, aber für mich sind das potenzielle Gefahrenquellen. Wake und LAN muss ich jetzt auch nicht viel drüber erzählen. Das gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. VPN, ja, also ich bin auch ein OpenVPN-Fan und man kann hier sehr einfach und es funktioniert wirklich grandios gut Server- oder auch Client-Konfigurationen vornehmen, die dann auch wieder, wenn man mit Zertifikaten arbeitet, was ich empfehle, zumindest für die meisten Fälle, kann man dann auch wieder hier drauf zurückgreifen. Man kann hier, wenn man, man kann hier dann die Zertifikate anlegen, sowohl Server-Zertifikat legt man dann hier an, als auch die Client-Zertifikate. Die sind dann automatisch im PFSense-System bekannt und wenn man dann hier auf Package-Manager, ich hoffe, das klappt jetzt, ja genau, VPN, suchen wir mal, OpenVPN-Client-Export. Ich installiere das jetzt mal schnell, ich hoffe, das geht auch halbwegs schnell. Please wait while the installation of PFSense-Package OpenVPN-Client-Export completes. This may take several minutes. Do not leave or refresh the page. Ja, gut, dann warten wir mal, bis das zu Ende gelaufen ist. Failed. Not enough space. War Cache-Package. Naja, gut, Pech, scheiß drauf. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man dieses Export-Tool installiert, hat man hier noch einen weiteren Punkt und dann kann man halt für die verschiedenen Betriebssysteme kann man dann Export-Pakete, das sind dann entweder Konfigurationsdateien, die auch sogar teilweise mit Inline funktionieren, das heißt, die Keys und Zertifikate und so, die sind dann schon direkt in der Konfiguration mit drin. Das ist sehr praktisch, aber die macht zum Beispiel auch für Windows dann Executables, die man dann nur noch installieren muss und fertig. Also, supergeil. Ich bin da echt absoluter Fan von. Dann IPStack L2TP gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was über die Status- und Diagnose-Möglichkeiten, die man hier hat, die etwas, wie man sieht, hier auch etwas zu umfangreich erstmal erscheinen, weil man weiß ja gar nicht so genau, wo man anfangen muss. Ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Carp, Captive Portal lasse ich erstmal außen vor. Dashboard habe ich am Anfang schon gesagt. Unbedingt mal angucken. Super geil, dass man sich das hier auch anpassen kann und mittlerweile ist auch zum Glück hier diese Grafik ein bisschen schöner geworden. Ich glaube, die Traffic Graph ist leider immer noch nicht V6 fähig. Boah, ich komme jetzt gerade nicht hier klar. Traffic Graph. Hier werden leider noch keine IPV6-Adressen angezeigt. Unglücklicherweise finde ich echt schade, da ist schon Ewigkeiten ein Ticket zu offen. Wir halten die anscheinend nicht für so wichtig, aber hier kommt man eigentlich immer hin, wenn man zum Beispiel gerade gucken will, welcher Teilnehmer im LAN macht denn jetzt hier die ganze Bandbreite zu und dafür ist es oft auch ganz wichtig zu wissen, welche IPv6-Adresse der Client hat, weil das kann auch eine IPv6-Connection sein, die die Leitung zufrisst, weil wenn das der Fall ist, dann sieht man hier zwar den Ausschlag, aber man sieht hier einfach keine IP-Adresse. Naja, Pech. Weiter, Dashboard, okay, angucken, DHCP-Leases, wenn ein Client vom DHCP-Server eine IP-Adresse erfolgreich beantragt hat, würde die hier stehen, genauso wie bei den DHCP-V6-Leases. Wenn man damit arbeiten sollte, dann weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Ignorieren, Gateways, ja, hier sind entweder Gateways, die man automatisch schon drin hat, durch Konfiguration über DHCP, wie hier in dem Fall, oder auch Gateways, die man hier, wo war das denn nochmal? Egal, irgendwo hier konnte man auch Gateways von Hand konfigurieren, die kann man dann hier in einem Monitoring haben. Dann die Interfaces selbst des Systems, IPsec, Load Balancer, Monitoring, NTP, OpenVPN, gut, ist nichts definiert, aber hier sehe ich zum Beispiel dann auch Graphen, äh, nicht Graphen, sondern statistische Werte zu dem NTP-Service, der hier läuft, Queue Services, System Log, System Log ist sehr wichtig, gerade hier für Firewall, Dynamic View sieht man zum Beispiel, Aha, hier wurde auch schon zum Beispiel was verworfen, Summary View, auch sehr, sehr praktisch, etwas versteckt, aber durchaus sehr praktische Grafik und auch für die verschiedenen anderen Komponenten hat man hier dann Logs, die halt hier auch teilweise zumindest in einem dynamischen View angezeigt werden können, sodass halt hier auch nicht immer ein Refresh gemacht werden muss, sondern der refresht sich selbst. Ähm, weiter noch, wir müssen hier langsamer fertig werden, den Services System Logs, Traffic Graph hatte ich schon, äh, Uptable natürlich für alle Teilnehmer, die hier im Netzwerk vorhanden sind, äh, oder dem PFSense, dem PFSense-System bekannt sind, weiß ich jetzt wieder auch nicht, warum das so lange dauert, Wahnsinn, das muss ich mal wegschwärzen, ähm, ähm, bovarisch Uptable Authentication, ja, hier kann man zum Beispiel auch noch fremde Authentifizierung-Server, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo man das hier überhaupt einrichtet, aber man kann hier glaube ich auch in LDAP oder sowas einbinden, ich gehe jetzt einfach mal nur die Punkte noch durch, von denen ich glaube, dass sie wirklich, äh, eine höhere Wichtigkeit haben, hier Reboot, das ist halt so ein bisschen mittendrin versteckt, ne, genauso wie Halt System und sowas, pf-info, pf-top unbedingt mal angucken, äh, auch sehr, sehr praktische Tools zu Diagnosezwecken, ping klar, Reboot Roots, Smart Status für die Festplatte, äh, habe ich noch gar nicht mir wirklich so genau mal angeguckt, Sockets, hier sieht man alles, was, äh, aktiv ist, aber da sieht man auch, dass der Web-Server ein Nginx ist, äh, die States, die halt gerade tatsächlich, äh, offen sind, Tables, Testpots, Tracerout, ja, Gold-Menü für die Leute, die pf-sense Gold haben wollen, das war es im Großen und Ganzen auch erstmal, also, ich finde pf-sense wirklich richtig geil, es ist nicht besonders ressourcenhungrig, ähm, es kommt mit relativ alter Hardware aus, das neue pf-sense 2.4 wird allerdings nicht mehr 32-bit fähig sein, das halte ich aber für absolut verschmerzbar, wenn man dafür ein paar Altlasten über Bord werfen kann, ähm, es basiert, also das, pf-sense 2.3, weiß ich jetzt gar nicht genau, auf welchem FreeBSD das basiert, äh, das, pf-sense 2.4 wird auf jeden Fall auf FreeBSD 11 basieren, ähm, was vielleicht auch noch eine Randbemerkung wert ist, das pf, was pf-sense verwendet, pf ist ja der, der Paketfilter, der aus dem, ich glaube, aus dem NetBSD-Projekt entspringt, die Version, die hier verwendet wird, ist eine relativ alte Version, die haben nämlich irgendwann mal eine größere Umstellung gemacht, ähm, und die haben die noch nicht mitgemacht, hier, und die hinkt schon so ein bisschen hinterher, ich glaube, die machen zwar dann auch von gewissen Features, pflegen die dann selbst noch von pf-sense, ich weiß es gar nicht ganz genau, es ist etwas schwierig, da Informationen zuzufinden, aber, ähm, nur so mal als Randbemerkung, das ist halt, also ich glaube, von irgendeiner FreeBSD-Version 5 oder 6, weiß ich nicht mehr genau, ist das pf, was hier in pf-sense verwendet wird, aber, das ist in der Praxis, glaube ich, relativ irrelevant, die Filterfunktionen, die funktionieren einwandfrei, ja, das war es nun erstmal, ich hoffe, ich konnte einen ganz guten Einblick geben, was dieses pf-sense kann, was es macht und welche großartigen Möglichkeiten man damit hat, ich hoffe auch, dass ich ein bisschen Begeisterung wecken konnte, denn für mich ist das definitiv einer der besten Firewall-Softwares, die es so gibt, vor allen Dingen auch, wenn man berücksichtigt, dass man hier halt nicht wirklich Lizenzgebühren bezahlen muss, also die meisten Firewall-Systeme, ob das jetzt ein FortiGate ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, wie Sophos oder so, die wollen natürlich immer schön Abo-Gebühren haben, für Dinge, die man hier, nicht alles, aber fast alles von dem, was so eine Sophos zum Beispiel macht, kriegt man hier auch, teilweise sogar noch geiler, was die hier machen, also schaut es euch mal an, geht mal auf die Webseite von pf-sense, wenn es euch gefallen hat, was ich hier gemacht habe, dann gebt einen Daumen hoch, ich würde mich sehr darüber freuen und wenn ich da auch ein bisschen Feedback bekomme, dann würde ich gerne noch ein paar weitere Videos in Zukunft machen. Ciao!